Oberfläche an Taucher 1. Taucher 1 an Oberfläche. Ich höre euch laut und deutlich. Wir gehen jetzt den Schacht runter. Taucher 1 und 2 am Feldsauch noch 30 Meter. Noch kein Zeichenbunden. Taucher 1 an Oberfläche. Ich gehe jetzt allein weiter. 41 Meter. Ein Zeichen von Forbes? Ja, ich kann ihn sehen. Sollte er er benommen? Benommen vor Glück oder beinahe bewusstlos? Er wirkt hysterisch. Gut, bring ihn hoch. Aber sei vorsichtig, wenn du dich im... Oh, der ist ziemlich mies drauf. Tess? Terry, kannst du mich hören? Terry? Keine Panik, ich habe sein Mundstück. Damit bekomme ich ihn in den Griff. Ich habe ihn. Ich bring ihn jetzt hoch. Oberfläche an Taucher 1 und 2. Kommt so schnell wie möglich rauf. Wie Forbes drauf ist, machen wir lieber eine Oberflächendekompression. Forbes scheint wieder in Ordnung zu sein, aber sein Messgerät ist kurz vor Rot. Könnt ihr etwas Luft runterlassen? Wir schicken Supportflaschen runter. Die Flaschen haben uns erreicht. Vorfläche mit seinen Atemregler. Dave, ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Was, Annie? Die Leiche eines Tauchers. Das muss Forbes' Frau sein. Dave, er ist abgehauen. Er hat die Leiche gesehen. Wo ist er jetzt? Auf dem Weg zu ihr. Ihr bleibt, wo ihr seid. Aber Forbes ist ohne die Luft unterwegs. Das ist ja wohl sein Problem. Du hast noch zwei Minuten an diesem Stoff. Ich nehme an, du bist nicht so wild auf eine Lungenembolie. Also, bleib, wo du bist. Funkzentrale Sydney Waterpolis an Taucherfahrzeug 1. Dave, was ist bei euch los? Forbes hat die Leiche seiner Frau gesehen und ist abgehauen. Er hat keine Luft bei sich. Was ist mit Water... Ich habe das nicht gewollt. Ich bin schrecklich. Ich kann. Oh, das ist...